Was es auch für eine Möglichkeit gibt, das ist perfekt, wenn jemand eine Jacke anhat. Das ist ein Burger, komm mal her. Geht auch aus der Situation. Ich versuche einfach hier zu greifen. Denkst du das? Ich habe jetzt einfach nur hier mit zwei Fingern. Ihr müsst einfach nur einen Griff haben und mit eurem Handgelenk hier seinen Kehlkopf fixieren. Ihr müsst nicht mal reindrücken, ich muss nur das machen. Ich will doch nicht mit dir frei reichen. Und hier müsst ihr einfach den Kragen runterziehen. Das ist eine Situation, die kann ich auch am Boden machen, wenn er auf mir drauf liegt. Das ist genau dieselbe Bewegung. Einen Griff hier haben, schön mit dem Handgelenk in seinen Kehlkopf und dann hier rein. Ist er hartnäckig und drückt weiter und drückt weiter, macht er das vielleicht 10-15 Sekunden und dann löst er. Weil Kehlkopf reindrücken ist ganz, ganz ekelhaft. Ihr schnürt ihm nicht die Luft ab oder so, dass er bewusstlos wird. Aber der permanente Druck hier, den fällt keiner aus. Das ist auch eine Möglichkeit, den Griff zu lösen.